Was haben wir jetzt hier noch? Shabanaga! Shabanaga! Wie wollen wir denn Blinds? Falk vertraue ich, ich folge dir blind! Wir haben ein Bot-Side mit, also... Kaffee schon raus? Ja, das war gar nicht so schlecht. Komm, direkt weiter! Ich bin tot. Krasse. Boah, stark, Sola. Wie sehen wir das? Die hatten Vision, die hatten Vision. Pyke, kannst du da hin? Bot can't move, ich bin Level 1. Yo, Red Buff ist ein cooler Buff, oder? Bot-Move, care, care, care. Junge, wie? Bot-Smith, 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 wieder da. Raum könnte da sein, Raum ist maybe around. Dann ist es wieder aber tot. Ich hab das Camp, alles gut. Lee Sin geht wieder Bot-Side. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Bot-Lane-Gang gleich macht. Lee Sin, Bot im Busch, habt ihr gesehen? Ich komm auch, ich komm auch, ich komm auch. Ping, ich hab nicht gesehen, Ping. Hier. Er ist Bot im Busch, ich bin ready. Die wissen, dass du hier bist und würden nicht wegrennen. SV muss Base, der hat 10 AP, ne? Muss mal pushen, ich denke mal, SV ist auf Base. Ich bin hier einfach unterhalb Tower, Alter. Das ist crazy. Der Lee Sin geht hier oben wieder rein. Können hier einfach pushern. Er ist so unglaublich doomed für den, das ist absolut crazy. Er wird Bot sein. Ich hab euren Rücken, ich hab euren Rücken. Ist das nicht auch vielleicht sogar irgendwie sowas Divinges? Die sind wirklich giga low hier unten. Oh ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh, ich komm mal. Das war einiges an Wege, würde ich sagen. Nice. Ich glaub, das können wir dir auch schon zwei, weil ich es früher callen. Die waren schon die ganze Zeit so. Können wir Drachen machen noch? Ich muss Resin. Ich hab zweieinhalb. Ich komm mal auch mit. Ja, ich kann auch mal mit. Ich komm auch mal mit, oder? Wir haben einen Familienausflug. Ja, wenn wir hier kommen. Johnny lebt. Warum auch hier oben? Boah, schöner Stun. Ja, ich bin 6 jetzt. Ich bin auch hier. Ich bin hier, ich bin hier. Ja, ja, ja. Gebt uns doch hier. Ich holt rein. Ich holt rein. Ich holt rein. Warum überlebt das? Nice. So. Hier ist noch ein Ding, kann ich es nicht erklären? Ja, einfach durch pushen. Kein Mann. Robot. Fünf. Sieht mich einfach. Aber hat mich auch cool. Guck mal durch pushen. Ich kann Midway falten. Klasse. Gerade. Ich hab mir so nichts Spiel. Bob eine Option? Wir haben 50 Katuskulten. Ich weiß auch nicht besser, deswegen. Ja. Ja, ich bin nicht da. Wir wollen uns unten diven, by the way. Ja, schau mal. Ja, dropp mir dann dropp mir. Ich hab Ulden fünf up, guys. Bist du sechs Quircher? Ich hab ein Million. Ja, Lee ist halt noch Quotten, ne? Ne, der ist im River gemoved. Ich komme. Ihr könnt euch hier collapseen. Willst du los spielen? Ich bin tot. Können wir auch spielen, ne? Ja, 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 ja. Ich bin Braum. Ah, nein, das ist so bad. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Nein, das ist kein First Strike. Trotzdem so gut, Mann. Boah. Du. Bist du top? Ja. Noi. Ah. 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 Pios. Knappe Kiste. Ich würd gern enemy top invaden, Kutcher. Ey, klar. Nehm deine Golems. Ich bin ultra stark, ja. Die könnten auf den Split Push hier diven. Droppen wir das, oder was machen wir? Wir sollten diven. Mit Lee Sin. Warum ist hier? Ich glaub Lee Sin auch hier. Ich denk, Lee Sin ist topside-R. Ich hab Ult ab. Ich würd gern auf... Wenn der hier nicht ist. Ist das hier ein Dive? Ein harter Dive. Oh, wie frech die ist. Warum ist hinter euch? Warum auch bitte. Lee Sin top, Lee Sin top. Und so. Zack. Komm rein, war schön mit dir. Schönes Ding. Darüber kann man streiten. War der Ult ab? Der Malfight? Ne. Keiner Malfight Ult. Aber ich komm, ich komm jetzt. Ich kann auch noch mit reinmuffen. Ja, ja, go. Ich hab Exhausted, ich hab Exhausted. Es ist free. Immerhin, es fehlt jetzt dann. Oh. Oh. Ich muff noch, ich muff noch. Ah. Oh, der Tänzer. Oh. Nice. Break in der Minute. Wenn ich lebe, hab ich Ult ab. Ich würd gern Ult. Komme, komme. Boah, schön. Warum spielen wir so wenig Gin eigentlich? Was ist auch nicht? Komplett. Ich hab den Leute. Ich hab den, ich hab den. Ich hab den. Nein, Johnny, Johnny, du Arschloch. Komm ich noch einmal Arschloch, ne? Du Arschloch. Oh. Oh, schön. Oh. Oh, ja. Nice. Drake in 20 und Blue Buff ist ab. Ich sind top, wir sehen ihn hier. Junge, Junge, Junge. Mal Ult reinfetzen. Ich bin auf Raptors. Ich bin auf Raptors. Ich bin auf Raptors. Oh, ich wär das in Escape gewesen, Alter. Oh, schönes Ruf und so dabei. Ja, auf den hat man immer so plus 10. Wie früher mit Twisted Fate. Ja. Die sind hier drin, Kerl. Ja, also Phil hält Karte die Bot-Lane. Perfekt. Genau, wo ich farm, aber das ist ja auch nicht so... Uli. Also hier ist ein kleiner Mid-Lane-Dive, würde ich sagen. Oh, wenn ich das überlebe, Junge. Was ist los, Alter? Holy shit. Ah, nice. War da noch wer Low von? Alle Low. Wenn ultiert, kann ich ulten. Ja, ich hab gleich erst ult ab, aber es leben zu wenig Gegner, als dass ich... überlebt da, Alter. Wäre geil gewesen. Ich ult, ich ult, ich ult, ich ult, ich ult. Der D hat 50 CS. Warte, ich hab den Flame-Horizon-Action schon. Und halt für uns. Ich hab Ult, Sonny. Erfalt-Move wieder Mitte. Suck mal, warum sind wir so gut auf einer? Was passiert hier? Hilfe! Ja, Malfa kommt gleich. Hilfe! Ich hab sie geslotzt, wir sind safe. Ich bin leider gar nicht mehr. Oh, Malfa halt. Hilfe! Wenn du ihn hittest, dann Snailchen. Extra geil, wär schon nice, Alter. Was ist denn hier? Oh doch. Naja, kein Gold. Ich bin schon am Waste halten, aber leider hältst du auch Waste. Oha. In die Combo reingegeben. Okay. Ja, gut. Die kommt voll spaßig, muss ich sagen. Er ist wirklich krank, oder? Ja. Sehr klasse. Aber der Jace passt nicht so rein. Ist ein bisschen useless. Ja, leider. Ich kann auch gar nichts für, also. Ich denke trotzdem, ganzen Ressourcen, die wir ihm gegeben haben, nicht zu performen. Und wenn viel Karte spielt, muss ich Sons wieder bauen. Weil genug Geld für den Alten ist hab ich gar nicht. Entschuldigung, das ist einfach 97. Jetzt. Ich hab meinen Mitleider gleich Flame Horizon. Ja. Warum? Ja. Wo soll ich denn fahren? Ja, ja. Der wird packen, Level 13. Lass dafür gehen. Boah, entspannen Sie sich mal, Junge. Was wir nun? Let's go. Kommt der jetzt raus? Jungs, nach dem Play? Nee, Junge, da ist raufgeschissen. Ah, der überlebt sogar. Oh, Junge, hä? Fünf Sekunde hab ich geholt? Ich bin dead. Ah ja. Okay, Faust, wenn du eine Sache hättest, dann tot. Okay, eine Sache hab ich geltet. Ich habe einen Helfall gezeht, du kannst laufen, die enemy Bob-Zeit rein, Utscha, kommst du mit? Na klar Kehr Mitte, ne, kehr Mitte Ist ein sehr schlechter Fight für uns jetzt Sind doch kein Ult hier mehr, in meinem Fall auch kein Ult Ich hab ULW in 7 Ich hab in 20, hab ich ULW in 25 Ich komm von hinten mit, ich hab hier einen richtig guten Ja, 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 lasst es spielen, das ist insane Oh mein Gott ist das gut Wer tot? Nö, ich lebst Nur diese Kombo Ich lebe So, ich den eigentlich mit Qs treffen, ach so, ok Es öffnet sich einfach so der Himmel und dann ist einfach nur so ein kompletter Atom Es ist einfach Armageddon, wirklich Einfach nuklearer Winter, diese Kombo Ey Nash 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 Was? Wir beide sind sehr awkward im Pinkwood klären Du Arschloch wirklich Das 200 CSH-LM Ola Oh krass Wir brauchen noch wenig Ey, tank mal bitte Wir brauchen noch weniger Nash 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 ム Ich hab grad'n Nix Ey, Geist komm, bitte wer zum Nash? Ja Du musst ja die Smi schalten, oder? Ich hab gleich wieder Smi Wir halten grad Tänk du mal weiter Tänk du, ich bin nur noch ein Hit Erster. Oh oh, oh oh. Oh oh. Gut, dann machen wir das. So, da sollen wir das spielen da unten. Na klar. Ich hab nichts, ey. Gut, ja mach doch mal was. Doch komm, warum denn hier? Ich hab nichts. Ich first strike, ey ich first strike rein. Ich hab auch reingepulso strike. Ich bin so low, ne? Ich werde es da. Tschüss. Oh. So, was machst du jetzt? Oh. Ah. Irgendwie. Nicht ganz zu Ende gedacht. Kein doch, Mensch. Ich hab hier einfach super abwandert. Oh, Alter. Hier, komm. Oh, ich wollte die Cousine auch rüberschmeißen. Wieso hab ich eigentlich mehr CS als mein Midlaner und enemy Jungler zusammen? Das ist ja irgendwas. Ich hab schon lange nicht mehr gesehen, dass jemand 5 Level behind ist im Jungler. Ist schon crazy. Oder er ist ja auch kein Jungler, basically. Er ist ja auch kein Jungler, er kann ja nicht mehr sagen. Aber dafür ist der Malfight einfach 14. Kann ich noch eine Wave Top fahren? Ne. Ich hab ein ganzes Infinity Edge auf der Bank gerade. Malfight, move bitte. Malfight, move bitte. Aber ich war kurz davor. Ich frage, kannst du dir selber beantworten, wem die nächste Wave gehört? Freue ich mich aber, dass du die Top 10 hältst. Die hat keine Wave. Die ist auch, ja. So nett bist du sonst nicht. Die kommen hier hoch, Kutscher, ne? Ja. Wollen wir irgendwie spielen? Noch was willst du? Spiel Playmobil? Halt kurz, bitte. Ein Lego ist auch cooler. Dann holen wir mal Käse zusammen. Komm her. Ich glaube, das ist aber stinke Käse, oder? Ne, das ist ein ganz guter Käse. Eiche Käse? Man weiß nicht. Wir geben nur Mitte T2, oder? Oh. Oh. Als ob. Als ob, hä? Hä? Ja, moin. Jetzt machen wir jetzt. Wir machen nochmal Käse, wir machen nochmal Käse. Komm. Die will nicht damit rechnen, oder drinstehen. Ich glaube auch. Ich rechne niemals damit. Pass auf. Nur SVQ dort. Ja, da kommt so eine Ezreal-Ult rein, ne? Ne, ne, ne. Das wird klappen. Es klappt hundertprozentig. Das ist so dumm, dass es klappt. Wunderbruch. Ja, er ist tot. Und, go. Sag ich ja. So, jetzt wieder in den Busch. Noch mal, noch mal, noch mal. Oh, CP, CP, CP. Was ist das? Mehlfight. Dodge dich. Pius, geh einfach face. Auch Pius. Och Mann, der hat gekickt, kann ich nicht dodgen. Wutscher, mach was. Na, bin raus. Wutscher, ich hol dich ab. Hat er geultet? Ne, Mehlfett hat nicht geultet. Ne, ne, ne. Ah, der hat mich eben erst geultet. Der hat noch nicht. Jetzt hat er ult, ja. Ich ulte einfach vor dem Drake und dann kann Kutscher die Panther killen. Ist das wirklich so? Ich glaube, der einzige, der nicht in Ranges ist, ist dann der Mehlfight und der Braum, oder? Oh. Egal, ich ulte. Ich ulte noch. Ich ulte noch. Oh, warte, lass sie leben. Scheiße. Ich will Panther. Ach, wie ärgerlich. Ihr seid solche Arschlöcher. Alter. Scheiße gelaufen, ey. Musst du reinstecken? Komm, CP rein. Doch, komm. Einmal wieder in mein Face. Komm, du willst es doch auch. Hast du denn da? Er ist aber schon ganz schön tanky, der Mehlfight. Ich glaube auch. Danke. Was ist los mit ihm, hä? Ich habe das Gefühl, der hat geheilt werden. Was hat Piers mit ihm gemacht? Das ist ja so tanky. Ja, Kutscher. Ich habe ihn gelegt. Wie viel, wie viel cooldown hat Sonja's? 120 Sekunden. Ich habe jetzt wieder ulte ab. Wenn ich direkt ulte und du auch Johnny, dann hat sie noch keinen Sonja's ab. Also ich kann da hintipieren und sie ulten. Das ist gar kein Problem. Ja, warte. In 10. Ah, scheiße. Ich brauche Blutfrinkets. Du hast nur 700 AP mit Baron und dem ITG? Ja, das ist schon frech, ne? Ich hätte wieder Sonja's. Hier, der Pi. Da ist der Ezreal Johnny. Ja, aber ich habe keinen Blutfrinket. Da fehlt ein Shot hier. So frech einfach. Boah, scheiße. Dein Schild tankt ja so viel. Wie Damage du machst, Alter. Ich? Ja. Ich fand die exekutet. Nee, aber dein Autotick gerade auf Braun fand ich auch was. Ich hab dich. Wieso macht ihr alle halt keinen Damage an dem? Es ist halt echt so, Piers macht voll Damage an dem. Lass dich Sünder noch mal kennen. Sünder, Sünder, Sünder. Na ja. Na ja, jetzt. Nein, 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 Leute. Nee, nee. Wir müssen auch mal ernst nehmen. Das ist jetzt wirklich Quatsch. Ich habe fast so viel Schaden gemacht wie Sola. Ja, ich habe ja auch auf KDA gespielt. Das ist jetzt schon mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.